so ich glaube die kamera läuft hallo also wir sind jetzt gerade hier in newcastle und im hintergrund ist die zweitwichtigste kirche von newcastle an dem fluss trauen abtauen und wir waren gerade in dem ach so der schöne grüße an johann für dich mach ich ja gerade das video die einkaufsstraße ist nicht so besonders schön jetzt aber wir haben sehr schöne sachen bisher gesehen morgen geht es dann wieder zurück und ein doppel lecker ein doppel lecker interessante form haben die nicht wahr schönen kreisrunde ausschnitte für die windschutzscheibe ich mache nachher noch ein kleines video oder zwei mal gucken und dann erstmal schönen grüße aus großbritannien aus newcastle im norden von regnland